Sie hören eine Predigt von Hour of Power aus der Crystal Cathedral. Ein Fernsehgottesdienst der Menschen ermutigt, ihre Unmöglichkeiten in Möglichkeiten zu verwandeln. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Homepage www.hourofpower.de. Hallo liebe Freunde, willkommen in Mainz am Rhein. Ich bin gerade in einem Weinberg vor der Stadt Mainz. Ich bin hier mit meinem Hour of Power Team. Wir machen eine Reise durch Deutschland und besuchen die Zuschauer von Hour of Power. Ich predige und ermutige die Leute. Es war und ist eine aufregende Zeit. Während der Rundreise haben wir über die Art und Weise nachgedacht, wie Gott in das Leben von Menschen getreten ist und ihnen durch Hour of Power geholfen hat. Das ist so ermutigend, weil ich so vielen Menschen begegne, die jahrelang meinen Großvater, meinen Vater oder mich gesehen haben. Sie fangen an, mir ihre Geschichte zu erzählen. Und ich darf mit ihnen beten. Es ist erstaunlich, wenn man so durch die ganze Welt reist und dann begreift, wie das Fernsehen so etwas wie ein globales Dorf schafft, zu dem wir alle gehören. So können Prediger wie ich über das Fernsehen auf ganz einfache Weise so vielen Menschen eine Botschaft weitergeben. Eine Sache, die wir auch in Zukunft tun wollen, ist, Predigten nicht nur aus der Crystal Cathedral oder unserem neuen Gebäude zu senden. Wir möchten damit anfangen, an unterschiedlichen Orten in der Welt zu predigen, wo Zuschauer unserer weltweiten Hour of Power Gemeinde Gottesdienst feiern. So kommt es, dass ich heute die Möglichkeit habe, aus Mainz zu ihnen zu sprechen. Wir wollen gemeinsam über etwas nachdenken, an dem die Hour of Power Familie wirklich Anteil hat. Wir sind hier in einem Weinberg. Viele Leute wissen es nicht, aber in Deutschland gibt es die besten Weinanbaugebiete, nicht nur in Kalifornien. Wir sind außerhalb der Stadt Mainz, die berühmt ist für ihren köstlichen Wein. An diesem Ort erinnere ich mich an das erste Wunder von Jesus. Wenn wir Christen an Trunkenheit und all diese Dinge denken, dann mögen wir vielleicht den Gedanken an die Tatsache nicht, dass das erste Wunder von Jesus darin bestand, Wasser in Wein zu verwandeln. Und das für Menschen, die schon bereits zu viel getrunken hatten. Das ist schon eine interessante Sache, wissen Sie? Ich sitze hier draußen und erinnere mich, was Jesus getan hat und warum er das getan hat. In der Geschichte im Johannes-Evangelium, Kapitel 2, ist Jesus auf einer Hochzeit. Seine Jünger sind bei ihm und seine Mutter ist auch da. Wir nehmen an, dass der Bräutigam ein Freund von Jesus ist. Vielleicht jemand, mit dem er aufgewachsen war. Jemand, der ihm sehr viel bedeutet. Während der Hochzeit geht ihnen der Wein aus. In Israel war Wein wichtiger Bestandteil der Gastfreundschaft, vor allem bei einer Hochzeit. Es sollte eine Zeit sein, in der jeder feierte und es ein großes Fest für die großartige, neu beginnende Familie gab. Und jetzt geht ihnen der Wein aus. Dann kommt Jesus zum Fest und seine Mutter bittet ihn, auf irgendeine Weise zu helfen. Also gebraucht Jesus diese Krüge für die rituellen Waschungen der Juden, von denen jeder 80 bis 120 Liter Wasser fasste. Dieses Wasser verwandelt er in den besten, auserlesensten Wein und gibt ihn allen Gästen. Somit kann die Feier weitergehen. Das sind ungefähr 1000 Flaschen des besten Weines, den man sich nur vorstellen kann. Er ist den Gästen gegenüber sehr verschwenderisch. Er ist seinen Freunden gegenüber, verschwenderisch bei ihrer Hochzeit. Es ist ein unglaublich guter Wein und somit kann die Feier weitergehen. Ich denke, die Art und Weise, wie die frühe Kirche diese Geschichte gelesen hat, war, dass Jesus hier das Reich Gottes vorstellt. Etwas Neues ist entstanden. Etwas Neues war in die Welt gekommen, was gefeiert werden sollte. Dies ist der Beginn des Wirkens von Jesus Christus. Sein wundervolles, kraftvolles Wirken, in dem er Wein macht für eine Feier, die sonst zu Ende gewesen wäre. Meiner Meinung nach ist die Botschaft in Wirklichkeit die, dass das Reich Gottes zu uns gekommen ist. Das ist etwas, das wir feiern sollten. Das Reich Gottes ist eine neue Realität, die Jesus jedem anbietet, der an ihn glaubt. Das Reich Gottes ist eine Art und Weise, wie man das Leben lebt, und zwar im Gehorsam dem König gegenüber, der Jesus ist. Dass man die Entscheidungen trifft, von denen Jesus möchte, dass wir sie treffen. Es geht um die Vorstellung, dass wir so leben, wie Jesus lebt. Wir leben das erfüllteste, das reichhaltigste Leben und machen die größte Erfahrung, die jemand nur machen kann. Die Feier der Hochzeit ist ein Zeichen dafür, dass das Leben dazu gedacht ist, erfüllt, reichhaltig und wunderbar zu sein. Doch sehr oft, wenn wir an Christ sein oder an Religiosität denken, meinen wir, dass es wohl etwas Totes, Trauriges und Gesetzliches sein müsste. Mit sehr vielen Regeln, die unsere Seele kaputt machen. Doch das ist überhaupt nicht das, was Jesus sagt. Jesus bietet uns eine Lebensweise an, bei der man das Gefühl hat, auf einer nie endenden Feier zu sein. Ein Erfülltsein mit dem Leben des Evangeliums, welches im Heiligen Geist möglich ist. Jesus möchte von seinen Jüngern und seinen Nachfolgern, dass sie gedeihen. Er möchte das Aufblühen der menschlichen Seele, Glück, Freude, das sind die Früchte des Geistes. Er möchte von den Menschen, dass sie lebendig sind. Das ist möglich durch das Leben von Christus. Wenn ich hier draußen bin, inmitten dieser schönen Weinberge, dann denke ich an die Weinbauern und die ganze Arbeit, die Mühen und auch das Wissen, das darin steckt, um Wein anzubauen. Ich denke an ein Gleichnis, das Jesus erzählte, das uns in die neue Lebensweise hineinführt. Es steht im Markus-Evangelium, Kapitel 4. Es ist das Gleichnis vom Sämann. Ich werde es vorlesen. Es geht darum, dass ein Bauer Getreide aussäte. Dabei fielen ein paar Saatkörner auf den Weg. Sofort kamen die Vögel und pickten sie auf. Andere Körner fielen auf felsigem Boden, wo nur wenig Erde war. Dort ging die Saat zwar schnell auf, aber als die Sonne heiß brannte, vertrockneten die Pflänzchen, weil ihre Wurzeln in der dünnen Erdschicht zu wenig Nahrung fanden. Einige Körner fielen zwischen die Disteln, doch diese hatten die Saat bald überwuchert, sodass sie schließlich erstickte. Die übrige Saat aber fiel auf fruchtbaren Boden, wuchs heran und brachte das 30-fache, das 60-fache, ja sogar das 100-fache der Aussaat als Ertrag. Also fragten sie Jesus, was bedeutet dieses Gleichnis? Und Jesus sagt, versteht ihr dieses Gleichnis nicht? Wie wollt ihr dann all die anderen Gleichnisse begreifen? Was der Bauer aussät, ist die Botschaft Gottes. Die Menschen, bei denen die Saat auf den Weg fällt, haben die Botschaft zwar gehört, aber dann kommt der Satan und nimmt ihnen alles wieder weg. Wie felsiger Boden sind die Menschen, die zwar die Botschaft hören und mit großer Begeisterung annehmen, aber ihr Glaube hat keine starke Wurzel und deshalb keinen Bestand. Wenn diese Menschen wegen ihres Glaubens in Schwierigkeiten geraten oder gar verfolgt werden, wenden sie sich wieder von Gott an. Der von Disteln überwucherte Boden entspricht den Menschen, die zwar die Botschaft hören, aber die Sorgen des Alltags, die Verführung durch den Wohlstand und die Gier nach all den Dingen dieses Lebens ersticken Gottes Botschaft, sodass keine Frucht wachsen kann. Aber es gibt auch fruchtbaren Boden. Menschen, die Gottes Botschaft hören und annehmen, sodass sie Frucht bringen, 30-, 60- oder 100-fach. Jesus spricht davon, was geschieht, wenn die Stimme Gottes, das Wort Gottes oder die Bibel in die Ohren des Herzens der Zuhörer dringt und wie sie reagieren. Als ich noch in der Schule war, hatte ich mich entschieden, dass ich das Evangelium den Schülern in meiner Schule verkünden wollte. Ich weiß, das klingt jetzt komisch, aber ich ging zu den Menschen, von denen ich dachte, dass sie das Evangelium am wenigsten hören wollten. Ich ging zu den Jungs in der Schule und zu solchen Typen, die Drogen nahmen. Außerdem noch zu Typen, die Außenseiter waren. Und zu Leuten, die sich nicht gut anpassen wollten oder konnten. Was ich tat, war, mich auf den Weg zu machen und zu versuchen, ihnen das Wort Gottes weiterzugeben. Das war wirklich lustig, weil ich zu ihnen sprach und man erwarten würde, dass sie gemein zu mir sind oder mich rausschmeißen. Aber es schien so, als würde es sie wirklich interessieren. Sie fanden die Vorstellung gut, dass jemand ihnen etwas Neues sagt, einen neuen Gedanken weitergibt. Viele von diesen Typen aus der Schule wurden tatsächlich Christen. Es war mir möglich, mit ihnen zu beten und sie fingen an, an Jesus Christus zu glauben. Manche von ihnen habe ich sogar getauft. Ich fing damit an, dass ich bei mir zu Hause vor dem Jugendtreff Mittwochabends ein kleines Treffen hatte. Meine Mutter bestellte Pizza oder sie machte Essen. Ich hatte andere Freunde aus der Schule, die zur Jugendgruppe gehörten, die Dinge taten, die Spaß machten, wie Spiele arrangieren. Ich lud alle zu mir nach Hause ein, um zu feiern. Danach gingen wir gemeinsam zum Jugendtreff und das Ganze wuchs. Ich meine, mit einem Mal hatten wir zwei Schulbusse, die die Kirche schickte, um alle Schüler zu holen, die sich bei mir zu Hause trafen, Pizza aßen und zur Kirche zum Jugendtreff kamen. Eines der Dinge, die ich dann gewöhnlich tat, war, dass ich drei Monate wartete. Nachdem sich jemand entschied, ein Nachfolger von Jesus zu werden, wartete ich ungefähr drei Monate ab. Dann rief ich sie an und las ihnen diesen Bibelabschnitt vor. Ich sagte dann, manche Leute hören das Wort Gottes und es ist so, als würde der Same auf den Weg fallen. Das führt zu gar nichts. Und einige Leute, bei diesen Leuten ist es so, als würde der Same auf diesen Felsen fallen. Am Anfang ist alles großartig. Sie machen diese großartige, emotionale, freudige Erfahrung. Doch dann kommt Leid oder sie haben eine Menge zu tun und sie verkümmern und sterben einfach. Sie haben keine Wurzeln. Andere Leute hören das Wort Gottes und sie fangen an, gut voranzukommen. Doch dann machen sie sich Sorgen und sie werden abgelenkt vom Reichtum und den materiellen Dingen dieser Welt, was das Ganze erstickt. Dann sind da andere Leute, die beginnen darin, verwurzelt zu sein und der Same gedeiht in gutem Boden. Solche Leute bringen Frucht. Sie sterben nicht. Sie bringen dauerhafte Frucht. Es ist diese neue Lebensweise. Das ist die Realität, in die sie eintreten. Dann fragte ich sie, als wir gemeinsam telefonierten, welche Person, welche Person bist du gewesen? Ganz oft sagten viele, weißt du, ich fühle mich so, als wäre ich der Felsen. Ich war zu Anfang davon begeistert, doch ich habe einfach keine Wurzeln. Andere Leute sagten, bei mir ist alles erstickt. Manche Leute sagten, ja, ich liebe dieses Leben. Daher frage ich Sie jetzt, welche Person sind Sie, wenn Sie das Wort Gottes hören? Die erste Person, von der Jesus spricht, ist die, bei der der Same auf den Weg fällt. Ich denke daran, wie die meisten Wege besonders zur Zeit von Jesus waren. Manche Wege waren von den Römern angelegt worden. Diese waren gepflastert und waren aus Stein gebaut. Doch die meisten Wege entstanden dadurch, dass sehr viele Menschen sehr viel darauf gingen. Wissen Sie, wenn Sie zum Beispiel wandern, Sie laufen vielleicht in der Wildnis, und dann ist da ein kleiner Weg, der dadurch entstanden ist, dass Leute die Erde plattgetreten haben. Während die Leute darauf wandern und auf die Erde treten, wird diese härter und fester, dass sie fast wie ein Stein wird, bis zu dem Punkt, wo kein Keimling oder Same Wurzel in diesem Boden schlagen kann. Egal, wie gut der Same ist, er kann keine Wurzel schlagen, weil der Boden, der einmal so weich war und so gut steinhart geworden ist, sodass es nichts gibt, was ihn mehr durchdringen kann. Als Pastor begegne ich solchen Menschen, die so sind wie dieser Boden. Man ist auf ihnen herumgetreten. Manche sind über sie hinweggegangen. Viele Male waren es religiöse Menschen, die auf ihnen herumgetrampelt sind. Oft war es ein Pastor oder die Eltern, die sie verurteilt haben, und ihnen gesagt haben, sie wären schlecht oder böse und dass alles falsch gewesen ist, was sie getan haben, und Gott sie hassen würde. Ich treffe ständig Leute, die, wenn sie vom Christsein hören, dann an Leute denken, die auf ihnen herumgetreten sind, sodass ihr Herz steinhart geworden ist. Kein Same, so scheint es, kein Same und kein Wort wird jemals Wurzeln im Herzen dieser Menschen schlagen. Wenn das auf sie zutrifft, möchte ich für sie beten, dass sie erkennen und wissen, dass dieses Bild, das sie vom Glauben und dem Wort Gottes haben, nicht richtig ist. Dass die Menschen, die auf ihnen herumgetrampelt sind, die sie gehasst haben und sie verurteilt haben, nicht so leben, wie Jesus möchte, dass sie leben sollen. Wenn sie ein solcher Mensch sind, dann besteht die einzige Möglichkeit, einen Weg in Ackerboden zu verwandeln, darin, ihn aufzubrechen, ihn immer wieder aufzubrechen, ihn weich zu machen und zu bewässern, bis er zu einem weichen Schlamm oder Brei wird. Nur dann kann er wirklich das Wort Gottes aufnehmen. Ich frage, wenn Sie das sind und Sie bereit sind, Ihr Herz zu erweichen, dann sagen Sie zu Gott, Gott, ich bin wütend auf Dich, ich bin frustriert wegen Dir, aber ich werde jetzt zuhören. Ich werde mir jetzt einen Moment nehmen und auf Dein Wort hören und Dir erlauben, zu mir zu reden. Und wenn Sie das tun, werden Sie eine Lebensveränderung erfahren. Die zweite Person, über die Jesus spricht, ist die Erde, die wie ein felsiger Boden ist. Sehen Sie, manchmal fällt der Same auf Felsen. Vielleicht auf einen Felsen wie den hier, den Felsen an meiner Seite. Wenn der Same darauf fällt und vielleicht ist darauf etwas Wasser, eine Lache, eine empfindliche Stelle oder vielleicht eine Spalte, dann wächst er sehr schnell auf, weil so viel Feuchtigkeit um ihn her ist. Aber er kann keine Wurzeln schlagen und er kann nicht wirklich gedeihen. Ich denke oft, dass das die Art ist, wie Christen sind, die immer sehr emotional sind. Viele von uns, die an Jesus glauben, lieben dieses großartige Gefühl, das wir bekommen, wenn wir auf die Spitze eines Berges kommen und wir Gottes Leben und Kraft erfahren. Wir lieben es, in einen Gottesdienst zu gehen, vielleicht in der Crystal Cathedral einen Gottesdienst zu erleben, wo wir dieses Gefühl lieben, inspiriert und gestärkt zu werden. Das ist etwas Gutes. Aber als Christen können wir dieses emotionale Gefühl zwangsläufig nicht die ganze Zeit haben. Manchmal müssen wir Entscheidungen treffen, die nicht von den Gefühlen bestimmt werden. Wir leben in einer Welt, die uns ständig sagt, dass unsere Gefühle über die Entscheidungen bestimmen sollen, die wir treffen. Doch das ist nicht die Art zu leben, die Jesus unterstützt. Er glaubt, dass die Gefühle, die man hat, den Entscheidungen folgen sollen, die man trifft. Doch viele von uns fallen der Gefühlsduselei zum Opfer. Ein Autor nannte diese Zeit, wo die Gefühle vergangen sind, wo man sich alleine fühlt, wo es sich so anfühlt, als habe Gott einen vergessen, die dunkle Nacht der Seele. Manchmal empfinden wir genauso, wir wollen alles hinschmeißen und aufgeben. Wir sagen, nun, da ich jetzt solche Gefühle nicht mehr habe, ist das vielleicht doch nichts für mich. Aber ich möchte Ihnen sagen, wenn Sie diese Zeit überstehen können, dann werden Sie in eine neue Form von gedeihendem Leben eintreten, das mehr ist als bloße Gefühle. Der dritte Menschentyp, den ich hier sehe und den Jesus erwähnt, ist der, bei dem der Same auf guten Boden fällt. Aber natürlich kann auf gutem Boden nicht nur Getreide wachsen, sondern guter Boden kann auch Dornen hervorbringen. Diese Dornen, wenn Sie im Garten oder auf einem Acker arbeiten, wissen Sie es, müssen ständig aus Ihrem Boden entfernt werden. Ansonsten werden Sie das Getreide ersticken. Jesus sagt, dass es die Sorgen dieses Lebens sind, die mit den Reichtümern dieser Welt verknüpft sind. Viele von uns hören das Wort Gottes, wir hören es mit Freude. Es ist keine Gefühlsduselei, es geschieht vernünftig. Es ist Erkenntnis und wir nehmen im Leben an Weisheit zu. Und trotzdem fangen wir irgendwo auf dem Weg an, uns Sorgen zu machen. Sorgen sind eines dieser Dinge, die uns mehr als fast alles andere das Leben schwer machen können. Sorgen können unsere Freude aufzehren. Jesus besitzt in der Bergpredigt die Kühnheit, seinen Jüngern zu sagen, sich keine Sorgen zu machen. Er sagt ihnen, macht euch keine Sorgen über euer Leben, was ihr essen oder trinken sollt. Und macht euch keine Sorgen um euren Leib, was ihr anziehen sollt. Ist das Leben nicht wichtiger als das Essen? Ist der Körper nicht wichtiger als die Kleidung? Und wie er da steht, redet und predigt, zeigt er auf einen Schwarm von Spatzen, die vorbeifliegen. Spatzen sind so verspielte Tiere. Immer tauchen sie in eine Sommerpfütze oder flattern im Wasser. Er sagt, seid wie diese Spatzen, sie machen sich über nichts Sorgen. Sie säen nicht, ernten nicht und sammeln nichts in Scheunen. Doch euer himmlischer Vater kümmert sich um sie alle. Macht euch keine Sorgen. Schaut euch das Leben an, das sie leben. Dann sagt er seinen Jüngern, ihr sollt sein wie sie. Er sagt, macht euch keine Sorgen um Kleidung. Schaut euch an, wie die Lilien im Gras wachsen. Sie sind wunderschön, sie blühen und Gott sorgt für sie. Er sagt, wenn Gott so für das Gras des Feldes sorgt, wie viel mehr wird er für euch sorgen, ihr Kleingläubigen? Er macht keinen Vorschlag, sondern gebietet ihnen. Er gebietet ihnen, macht euch keine Sorgen. Er sagt, macht euch keine Sorgen, indem ihr sagt, was sollen wir essen, was sollen wir trinken, was sollen wir anziehen. Er sagt, dass die Heiden nach all diesen Dingen fragen. Euer himmlischer Vater weiß schon, dass ihr dies braucht, aber trachtet zuerst nach seinem Reich und nach seiner Gerechtigkeit. Und alle diese Dinge sollen euch gegeben werden. Wir leben in einer Welt, die möchte, dass wir uns Sorgen machen, angefangen bei den Nachrichten, der Politik bis zur Geschäftswelt. Diese Organisationen sind erfolgreich, weil sie sich Sorgen machen. Firmen und Politiker sind daran interessiert, dass sie sich um etwas sorgen, damit sie deren Produkte kaufen, sie wählen, deren Zeitung bestellen und deren Nachrichtenprogramm schauen. Ich möchte Ihnen sagen, das hat dazu geführt, dass sich so viele Menschen in der westlichen Welt gestresst fühlen, erfüllt und doch unerfüllt, geschäftig und doch unproduktiv. Aber das ist nicht das Leben, zu dem uns Jesus berufen hat. Er möchte nicht, dass wir erstickt werden durch die Dornen der Sorgen. Sie müssen sich keine Sorgen machen. Wenn sie das Leben mit Jesus leben, kann sie kein Unheil treffen. Nicht das Schwert, nicht das Schicksal, nicht der Tod. Nichts kann Unheil über sie bringen. Sie brauchen sich nicht zu sorgen. Sie dürfen ein Lächeln auf ihrem Gesicht haben. Er sagt, sorgt euch nicht um morgen, jeder Tag wird für sich selber sorgen. Und das ist eine gute Nachricht. Zum Schluss, die letzte Person, über die Jesus spricht, ist der gute Boden. Wissen Sie, meistens findet man nicht so leicht einen guten Boden. Oft muss man ihn erst dazu machen. Einen guten Boden zu haben, heißt, dass wenn er steinhart ist, hart wie ein Weg, dann muss man ihn aufbrechen und befeuchten. Wenn er Steine hat, dann muss man die Steine erst entfernen. Wenn er Dornen hat, dann muss man sie entfernen. Ein guter Boden zu sein, ist nicht etwas, in das man hineingeboren wird. Ein guter Boden zu sein, ist etwas, das harte Arbeit erfordert. Wenn Sie als ein Nachfolger von Jesus leben möchten, dann erfordert das, diese Art von schwierigen, täglichen Entscheidungen im Leben zu treffen. Doch so wie es mit allem Guten im Leben ist, ist es den Aufwand wert, und es ist die Arbeit wert. Gott wird ihnen Gnade geben, um das zu tun. Männer und Frauen, die ihr Leben dem widmen, guter Boden zu sein, der das Wort Gottes aufnimmt, werden mit der Zeit, manchmal braucht es Jahre, wachsen, wie diese Weinstöcke hier, zu etwas, das unvorstellbare Frucht trägt. Frucht, die ein Schatz ist. Gott möchte, dass sie genau so ein Mensch sind. Er möchte, dass sie Weinreben sind, die wachsen und Frucht bringen. Und er bietet ihnen seinen Heiligen Geist an, um das zu bewirken. Eines Tages, wenn sie sich dieser Art Leben verschreiben, werden sie zu einem großen Baum heranwachsen, der viel Frucht trägt. Diese Frucht trägt Samen in sich, und wenn die Frucht von ihrem Baum fällt, werden sie derjenige sein, der das Wort Gottes ihren Nächsten und Nachbarn weitergeben kann. Das ist eine tolle Sache. Sie tragen Frucht in ihrem Leben und im Reich Gottes. Ich möchte einen Augenblick nehmen, um für sie zu beten. Ich möchte darum bitten, dass das Wort Gottes tief in ihr Herz eindringt, dass sie erlauben, dass es dort Wurzeln schlägt, und dass sie ein Christ sind, der Frucht bringt. Vater, wir kommen im Namen deines Sohnes Jesus zu dir, und wir danken dir für Gottes Wort. Wir bitten dich, dass wir die Erkenntnis der Liebe Gottes haben, die in Christus ist, unserem Herrn. Wir bitten dich, Vater, dass die Erkenntnis und die Liebe Gottes, dass sein Wort, dass dein Wort tief in unseren Herzen ist. Wir bitten dich, Vater, dass es dort Wurzeln schlägt, dass wir jedes Unkraut ausreißen und uns niemals Sorgen machen, dass wir jeden Stein zusammenlesen und nicht in Gefühlsduselei feststecken. Und für diejenigen von uns, die steinhart und eiskalt geworden sind, beten wir, dass du uns zerbrichst und weich machst. Gott, lass deinen Samen, das Wort Gottes, tief in unseren Herzen verwurzelt sein, dass wir eines Tages Frucht bringen, Frucht der Freude, Liebe und Geduld und des Friedens, all diese Dinge, von denen du möchtest, dass wir sie haben. Wir sind so dankbar für deinen Sohn Jesus, und in seinem Namen beten wir. Das war Hour of Power aus der Crystal Cathedral. Helfen Sie uns dabei, Ihnen auch zukünftig die Gottesdienste zur Verfügung zu stellen und unterstützen Sie Hour of Power mit Ihrer Spende. Vielen Dank!